Ja, wie ist das? Das ist nichts. Ich brauche 100%. Für 400 Kronenkocken verkaufe ich das Teil. Gut, ich nehme das Ding. Kann ich nochmal darüber nachdenken. Verdammt rein, ich gehe zum Bulli. Was ist Bulli? Was ist Bulli? Ja, dass hier Kronenkocken nicht sind, Bulli. Naja, sie sind ja nicht gerade talentiert, aber immerhin sind sie zum Spiel erschienen. Ich kann zumindest für ein kurzes Spieldrittel sorgen. Machen wir sie fertig! Was willst du von mir? Hier drüben! Du bist tot, Ritzkerl! Ach, jetzt sind es Gegner. Ich wollte schon sagen. Nicht stehen bleiben! Okay, ähm... Center Dubow, ähm... Ich verstehe das Ganze gerade nicht. Ich bin total überfordert mit den Leuten. Ich denke mal... Ne, er hat natürlich keine 400 Kronenkocken. Ähm, nehmen wir mit. Ledors Hockeymaske, nehmen wir mit. AP plus 25. Das ist total krank für Leute, die gerne den VATS benutzen. Vögelspieler... Kerwa. Hm... Ich weiß nicht, ob das alles französische Namen sind. Ich bin mir da wirklich unsicher. Ach ja, White Racer Fabrik, wir müssen hier sowieso nochmal rein. Also los. Es gibt hier noch einen Computer, den wir nochmal auschecken müssen. Gibt's hier nicht irgendwie eine Abkürzung? Ähm... Buttercup. Ähm... Nein. Ich weiß, dass es hier Ghule gibt. Die hört man nämlich ganz gut. Ala! Ähm... Aber ich hab gerade keine Liste auf Ghule. Kleidung. Ghulemaske. Das wäre hiermit erledigt. Okay, Sharon, du machst die Ghule platt und ich schleiche mich durch. Ähm... Ja, ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir ans Ende? Weil es ist ja doch schon länger her. Ich nehme einfach mal den Weg nach... O-O-Oben. Das war ein Juncker-Colas. Perfekt. Tschüpp, 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 tschü... Hm, hm, hm. Das denke ich mal eher nicht. Ähm... Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich einen richtigen Weg zu finden. Weil wir sind ja hier schon alles durchgangen. Deswegen. Ich denke mal, hier geht's wieder zu den Büros. Ist ja meistens so in den Fabriken. Obere Etage führt zu den Büros. Hallo? Nein. Uh, ach ja. Aha, ich dachte gerade schon, schon wieder kämpfen, aber... Wir haben ja unsere Maske auf. Tür. Das sieht gut aus. War wir schon? Wir waren hier noch nicht. Ich bin mir sicher, wir waren schon in der Wet Waster Fabrik. Wir haben doch hier diese Alte über den Haufen geknallt. Waren wir echt noch nicht? Naja, ich bleibe bei meiner Aussage, dass wir hier schon waren. Ich bin mir wirklich sicher. Aber... Das ist jetzt echt verwirrend, dass wir schon so lange im Ödland unterwegs sind, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Äh, wo ich schon war und noch nicht. Aha. Ob der Spieler auch so komplexer hat? Na, was heißt der Spieler? Der Charakter. Ich bin ja der Spieler. Ähm... Ja, Streunender Villa Google. Fahrt zur Hölle. Ist hier irgendwas nützliches? Nein. Ist hier... Hm, nein, doch. Ja, ich weiß nicht, ob die Munitionskisten gespawnen, weil sonst würde ich sagen, wir waren hier echt noch nicht. Hallo? Achso, dann habe ich mich total verfranst. Ich wollte nach oben und bin wieder unten. Nur weil ich oben auf einer Sackkasse gestoßen bin. Ach, gehen wir jetzt mal in die entgegengesetzte Richtung. Hm, das wäre eh lang. Hm, das sieht soweit eigentlich okay aus. Da lang. Okay. Wir haben ein neues Ziel. Nuka Cola. Ja. Aber ich meine, mich an den Gang her erinnern zu können. Ist merkwürdig. Nuka Cola Quantum hinzugefügt. Ja, wir hatten 10 Nuka Colas. Verdammt. Hier könnte es gefährlich sein. Ja, danke für den Hinweis. Geht's hier durch? Büro des Generaldirektors. So, wollen wir mal sehen, ob wir hier schon waren oder nicht? Ja, hier waren wir doch eindeutig schon. Ja, hier waren wir schon. Ich bin mir sicher, dass wir hier schon waren. Okay, ähm. Weiter hoch. Hinter der Tür war diese komische Rolle, die mich über den Haufen geknallt hat. Nein, doch nicht. Noch nicht. Doch, hier war das. Da ist der Computer von hier. Hier müsste... Hier war der Ghoul hinter. Wie hieß er? Stefan, mich, Steven. Ich weiß, du murmelst vor dich hin. Safe. Haben wir übrig gelassen? Haben wir ausgeplündert? Ja, hier waren wir schon. Ich hab mal reines Gewissen. Kamera. Ah, nehmen wir mit. Safe. Okay, Chirurgen-Terminal. Diesmal sind wir so weit und können es hacken. Lalalalalalalala. Hallo. Das ist wieder einer. Hallo. Und hier ist gar keiner. Hier ist auch gar keiner. Nein. Nein, 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 nein. Hier, nein. Hier müsste eine sein. Da. Ich probier's mal. Blub. Blub. Okay. Searching. Ähm. Ja, mach ich ne. Notizen über Stefan. Ähm, ich guck mal, wie lang das ist. Chips deaktivieren. Nochmal. Mein Meisterwerk. Ich habe Stefan unter meiner Kontrolle gebracht. Der zuletzt implantierte Chip scheint angesprochen zu haben. Er gehört mir. Die Anstrengungen zum Fangen einer dieser leuchtenden Ghule waren immens. Doch endlich kann ich mich damit trösten, dass ich einen unter meiner Kontrolle habe. Wegen seiner mangelnden geistigen Fähigkeiten werde ich ihn bei dem übrigen Ghouls unten aufbewahren müssen. Aber ich beneide keinen armen Schlucker, der jetzt wagt hier hereinzuschauen. Okay. Ähm, ich denke mal, es hatte schon seinen Sinn, dass er uns gegenüber aggressiv war. Ich denke mal, es hatte keinen Sinn, Stefan zu töten, da wir Chips deaktivieren können. Aber das bringt natürlich jetzt nichts mehr. Ich denke mal, er war dann geflüchtet und hätte sich über sie hergemacht. Tja, jetzt nicht mehr. Na toll. Da liegt noch ein Auge. Okay. Ja, aber wir sind ja auch heute am Ende angekommen. Das nächste Mal nehmen wir die letzte Mission von Big Slay an. Ja, würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns das... Bäh, äh, tolles Ende. Wir sehen uns das nächste Mal beim Jefferson Memorial. Und wiederholfen uns das nächste Mal beimeten. Wir sehen uns im WiFi. Wir sehen uns die basketball dimension.